Einmal mache ich es noch und dann gehen wir in kleine Kisten rein, Chat. Dann können wir gerne per Community-Battles ein paar machen, Chat, wenn ihr Bock habt. Rein da, Rufzeichen Hypedrop. Hypedrop-Link ist auch fixiert bei euch, Mann. Ach du Digga. Supreme Slipper, Mann. Off-White Slipper. Fick dich. Digga. Ist das dein verfickter Ernst? Ich meine, wir haben beide gute Puls, aber come on, Frosty, please. Ja, let's go, Baby. 1,5 Back-to-Back. Und jetzt aus der Matching, bitte ein Pull. Bitte, please, gönne mein Money back. Das gibt es nicht, aber ist trotzdem Profit halt, ne? Gutes Profit sogar, Mann. Aber ja. Oh, Mann, haben wir es immer wieder bei 3K, Mann. Jesus Christ, war das schlimm, Mann. 19 Euro, eh, war aber kein Crazy Mode. Gleicher, let's go. Die eine muss ich noch machen, dann können wir es machen, Fabius. Easy. Einmal noch Believen-Chat. Come on, Baby. One more Pull. Ein wichtiges Plus-Battle und wir sind wieder da, Digga. Let's go. Come on, Baby. Brother Prayers. Oh, Louis Boxer. Louis Back, meine ich. Alright, Baby. Take it. 845, let's go, Baby. Come on. Nice, Frosty. One more, one more Pull. Let's go, Mann. Fuck, ja. Baby. There we go. Und jetzt bitte nochmal was Dickes. Wichtig, Digga. Both Chains, Mann. Was, ein Profit-Battle, Baby. Come on, ein Profit. 3K, Mann. Schöne, schöne, schöne. 100,000 Profit aus dem Betrug, Mann. Come on, Mann. Fuck, ja.